Wir brauchen den großen Reset. Das sagt niemand anderer als Standard & Poor's, die größte Ratingagentur der Welt. Wir brauchen einen tiefgreifenden Systemwechsel, sonst rasen wir in eine schwere Krise. Und wie argumentiert Standard & Poor's? Welche Maßnahmen wollen sie? Ist es wahrscheinlich, dass das auch so kommt? Und vielleicht die wichtigste Frage, wenn wirklich alles so furchtbar schlecht ist, warum hat das bis jetzt keine Konsequenzen gehabt? Zum Beispiel an den Börsen. Herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem neuen Kanal Gerhard Heinrich ohne Rücksicht auf Verluste. Gerhard Heinrich, das bin ich. Also nicht, dass Sie denken, da kommt jetzt noch irgendein interessanter Typ, der das dann macht. Und ich präsentiere mich heute stolz in einer neuen fleischfarbenen Umgebung. Und jetzt kommt es noch besser mit neuem Mikrofon. Jawohl, ja, Dankeschön, Dankeschön. Überhaupt mal mit Mikrofon. Es geschehen also doch noch Zeichen und Wunder. Und was auch neu ist, Sie haben es gerade gesehen, Texteinblendungen und Geräuscheinblendungen mitten ins Video. State of the Art, da kann man tolle Sachen damit machen. Aber das vergessen wir jetzt gleich wieder. Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die vielen guten Wünsche beim letzten Zukunftsmärkte-Video neulich. Das war berührend im Ernst. Also vielen herzlichen Dank. Einige waren aber auch besorgt, dass das hier jetzt in Zukunft eben auch so ein reißerischer Kanal wird mit lauter Verschwörungstheorien. So ähnlich wie bei, ja gut, also wie bei etlichen anderen Finanzkanälen eben. Und darum habe ich mir gedacht, um die Sorgen zu zerstreuen. Ich mache zum Staat was Unverfängliches, den Great Reset. Wir fangen also ganz harmlos mal an mit der ultimativen Finanzapokalypse und dann steigern wir uns langsam. Was ist ein Reset? Beim Computer ist es eine Taste oder ein Tastenbefehl, der das System so wie es ist beendet und den Ursprungszustand wiederherstellt. Weil das System abgestürzt ist, weil es kaputt ist, weil es schlicht und einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe auf meiner Tastatur zum Glück keine solche Reset-Taste, weil die hätte ich wahrscheinlich schon tausendmal gedrückt, so aus Versehen. Und übertragen auf das System an sich, da gibt es natürlich auch einige, die sagen, Die Welt braucht jetzt auch mal so einen brutalen Reset, der die Strukturen jetzt auslöscht, weil es so auch nicht mehr weitergehen kann. Am bekanntesten ist es natürlich geworden durch Klaus Schwab, dem Chef vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Da, wo es teuer ist, da, wo sich die Reichen und Mächtigen treffen einmal im Jahr. Hier haben wir ihn und hier haben wir ihn so, wie ihn seine Gegner sehen. Davon hat er inzwischen einige. Er hat nämlich 2020 das Buch geschrieben, Covid-19, the Great Reset. Er hat da mehr oder weniger gefordert, man soll doch diese unglaubliche Krise jetzt nutzen für einen Neustart. Ökologisch und den Neoliberalismus soll man zurückdrängen. Und die Regierungen sollten diesbezüglich auch einen globalen Rahmen schaffen. Das kam bei vielen nicht besonders gut an, vor allem bei denjenigen, die damals der Meinung waren, dass die Regierungen sowieso schon sehr übergriffig gewesen sind. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich glaube auch, das haben die wenigsten gemacht. Der bekannteste Satz ist aber, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Das steht da natürlich gar nicht drin, sondern das ist sinngemäß aus einem Beitrag von der Politikerin Ida Auken aus Dänemark. Den hat sie tatsächlich für das Weltwirtschaftsforum geschrieben, das war aber schon 2016. Das ist hier nochmal der Beitrag auf Forbes. Willkommen 2030, ich besitze nichts, ich habe keine Privatsphäre mehr und das Leben war nie besser. Und obwohl der Artikel schon ein bisschen dümmlich ist, aber er ist jetzt auch nicht ganz ohne Sarkasmus. Das ging aber unter dann. Davos Reset Weltverschwörung, ein Spaß für links wie von rechts, ein nettes Thema auch fürs nächste Familienfest. Aber wir gehen jetzt mal zum Reset für Erwachsene. Weil nämlich unabhängig von Klaus Schwab ist es ja trotzdem sehr wohl eine wichtige Frage, ob das System, so wie es im Moment läuft, wirklich so weiterlaufen kann oder ob es irgendwann mal an die Wand kracht. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und dazu haben sich dann eben überraschenderweise Standard & Poor's geäußert. Zwei hochrangige Analysten von denen. Und Standard & Poor's ist die größte Ratingagentur der Welt und es geht auch da um das, womit die sich sowieso den ganzen Tag beschäftigen, nämlich um Schulden. Erstmal werden nur die Fakten aufgezählt. Die globale Verschuldung, also die Schulden insgesamt von Staaten, von Unternehmen, von Banken, von Privathaushalten, die ist gestiegen auf 300 Billionen Dollar. Das sind 349% vom globalen Bruttoinlandsprodukt. Ist vielleicht nichts Neues, aber es ist beunruhigend. Es sind 37.500 Dollar pro Person. Also jetzt nicht nur für Menschen in den reichen Ländern, sondern auch die in den armen Ländern sind da betroffen. Nordkoreaner, Somalis, Afghanen und so weiter. Ja, die durchschnittliche Wirtschaftsleistung pro Kopf liegt aber nur bei 12.000 Dollar pro Jahr. Was noch leicht gestiegen ist, letztes Jahr relativ, oder die letzten Jahre relativ zur Wirtschaftsleistung, das war die Verschuldung der Privathaushalte und die Verschuldung der Banken, die ist gar nicht mehr gestiegen seit der Finanzkrise. Die sind dann ja auch stärker reguliert worden. Aber die Verschuldung der Staaten, die ist seit 2007 um 76% gestiegen. Wohlgemerkt relativ zum wachsenden Bruttoinlandsprodukt. Liegt jetzt bei über 100% von diesem Bruttoinlandsprodukt. Ein Wert, wo man früher gesagt hat, das ist der Punkt, an dem ein Land anfängt zu kippen. Heute ist es der Durchschnittswert. Und die Verschuldung der Unternehmen, die ist seitdem auch nochmal um 31% gestiegen, auf 98% vom Bruttoinlandsprodukt, also auch knapp 100%. Und die Zahl der Unternehmen, die ein B-Rating haben oder noch schlechter, also hoch spekulativ sind, mit einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit bei den Schulden, die hat sich verdoppelt seitdem und liegt jetzt bei 36%. So weit, so schlecht. Jetzt haben wir aber natürlich die Situation, dass die Zinsen gestiegen sind. Und nur basierend auf dem Zinsanstieg bis Jahresbeginn und unter der konservativen Annahme, dass 35% von den Schulden direkt zinsabhängig sind, ergibt sich daraus nur für den Schuldendienst eine zusätzliche Belastung jetzt für die Welt von 3 Billionen Dollar. Also 3% vom globalen Bruttoinlandsprodukt, da bleibt für Wachstum auch fast nichts mehr übrig jetzt. Und wenn die übrigen Schulden dann aber auch mal refinanziert werden müssen und die Zinsen dann nicht sinken oder bis dahin nicht wieder gesunken sind, dann verdreifacht sich das nochmal auf 8,6 Billionen Dollar pro Jahr. Mehr als das Doppelte vom deutschen Bruttoinlandsprodukt, nur für zusätzlichen Schuldendienst. Und was noch dazu kommt, und das ist fast das Schlimmste, die Produktivität von diesen Schulden. Also das, was sie zusätzlich beitragen dann zum Wachstum, die hat sich eben auch immer mehr verringert. Sonst wären ja auch die Schulden nicht viel stärker gestiegen als die entsprechende Wirtschaftsleistung. Das nur für diejenigen, die ja oft sagen, die Staaten müssen sich jetzt mehr verschulden, wir brauchen da zusätzliches Geld, weil dieses zusätzliche Geld muss jetzt endlich mal die Wirtschaft ankurbeln. Es funktioniert nicht mehr. Aber ist das Ganze wirklich so ein Riesenproblem? Und jetzt mal abgesehen von der Modern Monetary Theory, um die geht es heute jetzt mal nicht, aber es gibt ja viele, die sagen, mein Gott, mehr Schulden, das heißt ja auch mehr Vermögen. Jeder Euro Schulden, den jemand hat, das hat jemand anderer als Vermögen. Eigentlich ist das eine ja nur das Gegenstück vom anderen und am Ende gleicht sich das auch wieder aus und alles ist bestens. Das hört man immer wieder, zum Beispiel auch von Leuten wie Marcel Fratscher, dem Präsidenten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich zitiere ihn hier relativ oft, weil er eben auch relativ oft verhaltensauffällig ist für jemanden in so einem Amt. Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie leihen mir 100.000 Euro für fünf Jahre. Sie denken sich vielleicht, naja, dem Heinrich, dem kann man das schon leihen, der hat ja jetzt seinen tollen neuen Kanal und wenn es damit nicht klappt, dann kann er da immer noch eine Tequila-Bar aufmachen. Erstmal müssen Sie das Geld natürlich haben, damit Sie es mehr leihen können. Das ist schon mal das Erste, es sei denn, Sie sind eine Notenbank. Es ist jetzt also nicht so, dass meine Schulden Ihr Vermögen schaffen würden, so wie sich das manche ja auch immer vorstellen. Aber sagen wir, das klappt und ja gut, dann ist es erstmal für uns beide toll. Ich habe plötzlich mehr Geld und Sie haben aber ja irgendwie immer noch genauso viel Geld und Sie verhalten sich ja wahrscheinlich dann auch so. Sie haben mir gegenüber ja diese Forderung und wenn das indirekt über eine Bank läuft, dann haben Sie diese Forderung sogar ja als Guthaben da stehen auf dem Konto. Wir haben also plötzlich beide 100.000 Euro. Das ist die berühmte Girald-Geldproduktion. Aber wie auch immer, Also erstmal ist es für uns beide toll. Ich gehe los, kaufe mir unnütze Sachen, neue Mikrofone, Autos, Reisen, goldene Fußkettchen und so weiter. Aber in fünf Jahren, da wird das Ganze plötzlich unangenehm. Mindestens für einen von uns beiden. Weil entweder ich nicht zahlen kann oder ich zahle, muss es mir aber schwer vom Munde absparen. Es sei denn, ich finde dann den nächsten Dummen. Wenn Sie das Geschäft mit mir machen wollen, schreiben Sie mich gern an. Dann kriegen Sie von mir die Kontodaten. Ich freue mich aber auch schon über jedes Kanal Abo. Je mehr Abos ich hier bekomme, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der vom letzten Mal wenigstens sein Geld dann zurückkriegt. Sie machen das also nicht für mich. Aber jetzt mal Scherz beiseite. Schulden und Vermögen, das ist vielleicht noch Nullsummenspiel, solange das alles gut geht. Aber der Vorgang, der erzeugt natürlich eine Illusion von Wohlstand, der gar nicht da ist und der sich aber auch irgendwann mal ins Gegenteil verkehrt. Und bei den Schulden, die wir haben mittlerweile auf der Welt, da ist die Wohlstandsillusion inzwischen natürlich auch riesig. Das ist mal das Erste. Und wenn aber irgendwas verrutscht, wenn ich nicht mehr kreditwürdig bin zum Beispiel, oder sie nur glauben, dass ich nicht mehr kreditwürdig bin, dann ist das Spiel aus. Das System wird von Investoren getragen, auf freiwilliger Basis. Das darf man nicht vergessen. Und die Investoren müssen und wollen ja auch ihr Vermögen irgendwie schützen und wollen vielleicht irgendwann mal auch nicht mehr jedes Risiko eingehen. Und auf der anderen Seite haben wir aber Schuldner, die das Geld dringend brauchen auf Gedeih und Verderb. Das ist unser systemisches Risiko. Es wird immer größer. Von Zurückzahlen ist schon gar keine Rede mehr und vielleicht muss es das ja auch nicht. Aber es wird natürlich einfach schon dadurch immer größer, weil die Verschuldung immer größer wird relativ zur Schuldentragfähigkeit. Und es gibt tausend Gründe, warum Investoren das Vertrauen verlieren können. Das haben wir ja auch alles erlebt. Und da ist es dann auch völlig egal, ob das jetzt berechtigt ist, dieser Glaube oder nicht. Aber wenn das passiert, dann steht unglaublich viel auf dem Spiel inzwischen. Und vor dem Hintergrund ist es für mich eben auch nicht nachvollziehbar, dass es immer noch so viele Leute gibt, auch in Amt und Würden, die sich und uns da immer noch einlullen und da den Mythos rumtragen. Das System, das ist eigentlich nur so eine Art große Bilanz mit einer Aktiv- und einer Passivseite und das ist immer gleich. Und da macht es ja auch nichts, wenn man die Bilanz immer weiter aufbläht. Kracht es irgendwann mal an die Wand? In dem Standard & Poor's Beitrag, da steht das so natürlich nicht, so was schreiben solche Leute auch nicht. Aber sie mahnen schon dringend an, dass sich da was ändern muss. Sie fordern da den großen Reset, wie sie es selber auch nennen. Es müsse tiefgehende Strukturänderungen, Systemänderungen geben. Die Staaten müssten ihre Haushaltspolitik überdenken. Sie müssten, wenn sie Geld aufnehmen, das vermehrt eben investieren in produktive Bereiche. Sie müssten, wenn es wirtschaftlich halbwegs gut läuft, einfach auch mal sparen. Und die Hauptgefahr sei aber eben, dass sie populistischen Forderungen nachgeben und das nicht tun. Und das Gleiche bei den Unternehmen. Da sollte man Problemfälle verstärkt restrukturieren oder wirklich auch abwickeln verstärkt. Und die sollten auch in vielen Fällen ihr Eigenkapital mal stärken. Durch Kapitalerhöhungen, was natürlich unpopulär ist. Bis jetzt lief es genau umgekehrt. Viele Unternehmen haben eigene Aktien ja zurückgekauft und sich dafür sogar verschuldet. Und an der Börse hat man drüber gejubelt. Wenn das alles passieren würde, so Standard & Poor's, dann könnte man eine Schuldenkrise vielleicht noch verhindern. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert? Was glauben Sie? Ich halte es für nicht besonders wahrscheinlich, weil dadurch eben Wohlstandsillusionen flöten gehen und aus dem gleichen Grund natürlich auch aus dem viele sagen, nach Gott, wenn das alles so schlimm wäre, warum läuft dann immer noch alles so gut? Wie zum Beispiel an den Börsen. Und diejenigen, die auf sowas ab und zu mal hinweisen, das sind ja im Finanzsektor inzwischen schon die Pausenclowns, wo es dann heißt, wer solchen Leuten zuhört, der verliert Rendite. Ganz einfach darum, weil Schulden sich gut anfühlen. Und weil diejenigen, die sich am meisten verschulden, die haben dann auch das tolle Wachstum. Boom in the USA, wie die Wirtschaftswoche getitelt hat, da muss man jetzt sein. Die kaufen sich ihr Wachstum jetzt einfach. Und darum haben wir ja die vielen Schulden, weil es keinem weh tut und weil es für alle toll ist erstmal, inklusive der Anleger. Ich bin keiner, der sagt, morgen bricht alles zusammen und dann ist alles wertlos und wir sind hier wieder in der Steinzeit. Aber das systemische Risiko, das muss man einfach im Hinterkopf haben als Anleger auch. Das ist einfach schon da. Und ganz genau, was sollte man tun? Entsprechend streuen. Gegebenenfalls auch mit Goldkonserven, Waffenspülthosen, was sowieso alles gute Investments sind, mal ganz unabhängig davon. Und speziell die Letzteren, wenn sie die haben, dann werden sie auch 2030 noch glücklich sein, auch dann, wenn sie sonst frei nach Klaus Schwab nichts mehr besitzen. Zum Thema Schulden gäbe es natürlich noch viel zu sagen, aber es kommen ja hoffentlich noch ein paar Videos. Das war jetzt erstmal das Erste. Das war jetzt erstmal der Kanal Reset. Schreiben Sie hier gerne rein, was Sie für einen Eindruck haben oder vielleicht haben Sie auch Ideen oder Wünsche für Themen, die Sie hier auch gerne mal behandelt hätten. Ich freue mich darüber. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich natürlich auch, dass Sie mich unterstützen mit einem Kanalabo. Und das war's für heute. Schön, dass Sie hier waren. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.